hallo dann herzlich willkommen zu einem neuen video ls 17 auf der platte edition ja ich habe da gemacht ein wagen ist voll fast alle beiden gegen darauf weil ich muss noch kurz was ändern so ja ich hoffe dass es nicht zu laut ist ja da ist uns in der letzten folge ein kleines missgeschickt passiert aber naja so jetzt haben wir noch einmal hoch in der zwischenzeit ist er grober fertig geworden ist gut dann kann ich aufs nächste feld fahren so müssen ja ja ich weiß so so feld ist fertig müssen wir noch den wagen runterfahren das ist eine angelegenheit das gibt einen spaß hallo jetzt reicht's rupe geht jetzt müssen wir gucken also gleich da 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 brems danke so große strecken du machst das besser gut ja ich weiß es ist ein bisschen blöd aus naja aber es ging noch das ist ja echt vorsichtig sein wieso ja gut hab ich gesagt dass es einfach ist was meine fröse mein kohle ja danke ja danke klapp mal ein äh gott äh gott äh 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 das ist jesmal passiert das hallo was ist mit der kamera los So. Ähm, alle HEP? Vorwärts. Wie ging das? Nein. Nein. Wie ging das denn? Irgendwie. Nein, auch nicht. Mann. Nein. Nochmal, nun. Nein. Ja. Nein. Hm. Warte mal. Nehmen wir mal den zur Hilfe. Der hat da ein bisschen mehr Kraft. Junge, Junge. Warte mal. Warte mal. Ich muss mal kurz den Motor hier ausmachen. Warte mal, kann ich den ankuppeln? Nein. Na, klare. Ach, Mann. So, warte mal. Der Case, ich weiß nicht, was soll ich nochmal aufmachen? Ah, je, Karamba. Warte mal. Ach, Kamera. Nein. Warte. So. So, das haben wir schonmal. Irgendwann ist der Holland laut. Warte mal. Ja, ich habe auch... Boah. Schon ein bisschen besser. So, dann schauen wir was tun. Warte mal, wir brauchen ein bisschen mehr Schwung. Warte mal. 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 Ich habe ja immer noch einen Plan. Also... ... Ich will dich nicht zurücksetzen. als ob ich kann sich ja vorne dran hängen als ob ich sage das was für diese folge das erste würde hingestellt bekommen verkackten wagen ich wüsste den es sich zur gesetzen Blatt mal so. Äh, wo kommt ihr denn hier? Äh, ja, warte, 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 warte. Oh, Karambe. Als ob du dich auch hinlegst. Mann, ist keine Zeit zum Schlafen. Allo. Okay. ich setze den wagen zurück macht es gleich noch mal an arbeit wir sehen uns an der nächsten warte bist du das nein 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 stopp und weg ist er wir sehen uns an der nächsten warte bist du das nein 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 nein